Hallo Freunde, Willkommen zurück zu Reforged Eden. Ich habe eine Pyramide entdeckt, Abandoned Archaeological Site, meine Güte, ich krieg's ja echt einen Zungenknoten, die wollte ich mir jetzt einfach mal anschauen und natürlich seid ihr mit dabei, die ist ulkig. Pyramide mitten auf dem Schneeplaneten, Abandoned heißt Aliens, Aliens heißt Schrotflinde, hier ist ein bisschen gut, würde ich sagen Raniens Vergnügen. Nur zwei, ich bin mir sicher, es werden mehr da unten. Hier ist niemand. Hallo? Hinten kommt nix. Noch einer. Na ja, so können wir natürlich unseren Vorrat von Xenomaterial auffüllen. Ich weiß, ich kann doch Xenoblöcke schreddern, aber... Oh Gott. Die Preuß wollen wir uns eh anschauen. Fallen lassen zu uns ist auch. 2er Aliens. Ich bin schon mal gespannt, wie die Dinger auf Level 10 aussehen. Ist da wer? Wo guckt's? Nö. Da steht jemand. Ok, großer Raum. Fernrohr. Ja. Ach du dämlicher. Ach du entscheidest dich jetzt hochzulaufen. Oh, Spukkäfer. Wie eklig. Oh, Spukkäfer. Ja. Ja. Container. Oh, Haileys. Ich muss das Inventar aufräumen. Die Medizin können wir eigentlich am Mann lassen. Da ist für gewöhnlich auch manchmal Essen drin, das dann vergammelt. Ich hab's doch nun gehört. Ich hab's doch nun gehört. Auch ein größeres Zimmer. Ihm noch jemand da? Schrein hör ich hu ... Schrein hör ich sie. Vielleicht schreint sie auch wieder von hinten hier. Nö. Von vorne schreint sie. kommt zu zieler ich habe jede menge schwermetall für euch da ist der kern da ist keiner mehr da ist jemand noch wer da oben ist ein bewegungsmelder noch so da haben wir einen kern da haben wir einen loot container das ist gerne gesehen ich muss halt die nase von der tit noch ein bisschen verstärken soweit es optisch vertretbar ist da hinten noch was gerne in der leere da ist nirgend so was na gut dann erforschen wir das ding hier mal weiter davon war ja noch wo wir auf der brücke rum gehüpft sind ich möchte gerne das möbel hier einpacken und mitnehmen da gibt es viel geld dafür das ist doch verderbbar ja das ist verderblich kühlschrank ach komm ich hole mir jetzt den kern aufräumen tue ich nachher jawohl gibt rustikale möbel kann man teuer verkaufen gibt mehr wie waffen gibt mehr wie waffen haa loot container hier ist nix ha 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 hier ist dieses zimmer mit den brücken wo wir gerade waren hätten wir eigentlich auch hier hoch rufen können hier ist dieses zimmer mit den brücken wo wir gerade waren wo es noch trinken nicht so wahnsinnig viel in dem stockwerk hier oben war noch etliches da ist ein schalter schatzlinge essen alien zeugs was denn jetzt so 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 hm 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 mhm Das hier muss man erst looten bevor man es zerstört weil ich weiß nicht warum Es fliegt aber um die Ohren Na gut genug gespielt Das war unsere verlassene Ausgrabungsstätte Die war mehr oder weniger verlassen Ein bisschen ungeziefer ist normal Fand ich schön war entspannt gab ein bisschen Loot Am Anfang ist das sicherlich eine schöne Poi wenn man die in seinem Anfangsgebiet hat Und die kann man relativ schnell mit einfachsten Waffen zerlegen bei der Monsterdichte Ich fand sie schön gemacht Prima Anfänger Point Wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da Gebt mir auch gerne ein Abo das hilft meinem Kanal weiter Ansonsten werde ich jetzt hier auf die Brücke gehen Und noch ein bisschen rumfliegen Ein nächstes Ziel für uns suchen Wie immer schön dass ihr reingeschaut habt Haltet die Wand steif Bis dann Euer Zieler Ciao Ciao Das war's Das war's Das war's